Run-Defense, was ich vorhin meinte, man muss sich natürlich nicht nur Gedanken machen, was der Gegner an Systemen spielt, sondern dieses Thema haben ja mit einem bestimmten Block zufolge und die haben dann in jedem System, was man sich eben oben als Defense-System überlegt hat, ob es jetzt ein Attack-System ist oder ein Reach-System oder eben eine Dreier- oder eine Vierer- oder eine Fünferfront, eben andere Resultate. Wenn ich jetzt nur die einfachen Blocks sehe, die man sich jetzt meistens vorstellen kann, ob es ein Drive-Fold-Block-Down-Block ist oder eben ein Double-Team, ein ganzer Pull- oder eben ein Reach-Block, ich nehme mal einen davon raus, das wäre jetzt in dem Fall wirklich nur der reine Down-Block des Tackles. Jetzt kann ich meine Regeln dafür aufbauen, will ich den, wenn denn ein Pulling-Lineman kommt oder ein Full-Back, will ich den Cajen oder möchte ich den Spillen in dem Fall und darauf meine Regeln, meine Rules of Engagement daraufhin aufbauen. Kann ich das machen zum Beispiel in der Vierer-Line relativ einfach, weil ich den eben kontrolliert spielen lassen kann. Wenn ich jetzt aber in der Attack-Defense stehe, ist er ja am Stunt, er ist in einer anderen Technik gefangen. Und kann er denn das dann noch so spielen, wie ich es möchte? Genauso beim Edge-Player wäre es für eine Option dann der Fall oder eben für ein Boot-Lag, hier unten auch mal grafisch dargestellt. Jedes System, was ich mir oben halt für mich ausgedacht habe, muss ich jetzt für die verschiedenen Offense-Schemas, die es dann gibt, auch eine Lösung für haben. Ich kann ja nicht sagen, ich stelle den Menschen hin und spiele allein mit Football. Also er steht da und dann werde ich eine Lösung finden, sondern man sollte wirklich dann für die 95 Prozent, die man sehen wird, auch eine Lösung präsentieren können seinen Spielern und die dann auch ebenfalls auf jeden Fall im Spielbuch festhalten. Genauso für die Linebacker. Was habe ich denn vorne? Habe ich eine Attack-Defense? Habe ich eine Read-Defense? Wie viele habe ich überhaupt? Auf was lese ich denn jetzt? Ein mögliches Beispiel. Ich fange dann zu lesen auf den Backs, auf den Schritten der Backs, der Running Backs. Also was für Schritte habe ich? Darauf möchte ich dann eben meine ersten initialen Read-Steps machen, bevor ich zum Run fitte. Was passiert bei einem Two-Bag-System? Wie möchte ich da reagieren? Ändert das was an meinem Read-System? Ändert das was, wenn ich in einer Dreier-Line stehe, weil ich das von meinem Spielbuch so möchte? Oder weil ich eben in einer Fünfer-Line stehe? Dann wird es wahrscheinlich gar nichts ändern. In einer Dreier-Line wird es wahrscheinlich sehr viel ändern. Da muss man halt sich trotzdem eben Gedanken zu seinem Spielbuch machen, passt das hier alles noch? Je nachdem, was für ein Running Back-Personal ich da habe. Attack-Defense. Genau das Beispiel. Habe ich jetzt da, ist es für mich egal, was die Backs hinten machen. Will ich einfach nur das attacken. Aber dann muss ich auch damit klarkommen, wenn jetzt an diese Block-Schemen, die wir vorher gesehen haben, was passiert denn, wenn der und der Black kommt? Habe ich dann plötzlich zwei Defender in einem Gap stehen? Möchte ich das? Ist das vielleicht ein Vorteil, ein Nachteil? Da muss man sich eben dann auch Gedanken zu machen. Weitere Möglichkeit beim Lesen ist in der 3-4 auch 3-3 möglich. Wenn die Stunten, dass man halt versucht, die Guards zu lesen. Dass man halt sagt, okay, ich evoide den Guard weitestmöglich. Eine Möglichkeit, da werde ich jetzt aber auch nicht ins Detail gehen. Eine Möglichkeit, wie man theoretisch mit fünf Mann auch fünf Offense-Liner spielen kann. Also obwohl es sechs Gaps sind, würde das immer theoretisch aufgehen. Es gibt, ich glaube, zwei Teams, die ich alleine kenne, die das auch in der GFL fabrizieren. Funktioniert, muss man sich aber darum kümmern. Möchte ich dieses relativ komplexe Read-System für einen Linebacker haben? Also wie komplex kann ich es machen? In dem Fall ist es sehr, sehr komplex, weil ich den Linebacker gegebenenfalls auch langsam mache im Vergleich zu einer reinen Attack-Defense, wo ich den Menschen halt wirklich nur sage, ich gehe mal ein Blatt zurück. Guck mal, der Weg, wenn die links, du rechts, wenn der rechts, du links. Und vielleicht kreuzen wir auch mal. In dem Fall, okay, ich habe hier vier verschiedene Lösungen. Und je nachdem, wo der Guard hingeht, hast du deinen Key, den du liest, um den zu etikotieren. Wenn ich dann so ein komplexes System habe, muss ich das natürlich auch konditionieren. Ich kann also nicht von heute auf morgen sagen, ich steige von dem einen aufs andere System um. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Kernpunkt, je nachdem, was ich da für ein System fahre. Ich muss halt gucken, wie komplex ist das? Wie lange muss ich das mit den Menschen machen, um es zu konditionieren? Klingt gut, ist interessant. Aber wenn die da schon so lange damit beschäftigt sind, wie viel Zeit habe ich denn noch dann eventuell Coverage-Reads zu konditionieren oder noch Blitze zu trainieren oder bestimmte Techniken für Blitze zu trainieren? Kann ich das dann überhaupt noch machen? Also wie viel habe ich zur Verfügung? Was dann auch, wo man sich auf jeden Fall auch noch Gedanken machen muss, sind die Runfits am Schluss. Also wenn wir in einer bestimmten Coverage sind oder in einer bestimmten Front, wo füllen meine Leute, wenn der Flow nach außen geht? Wo füllen die Leute, wenn der Flow direkt ist? Wo füllen die Leute, wenn ich Backside bin? Auch überhaupt kein Fan zum Beispiel von reinen Pursuit Drills, weil die meisten Fit Drills, also die meisten Fits, die da suchen, kein Pursuit sind, sondern wirklich eine bestimmte Bewegung von den jeweiligen Spielern verlangen. Und die sollten auch in den jeweiligen Positionsgruppen auch trainiert werden. Aber der Punkt ist, es muss irgendwo genauso in dem Spielbuch, für das ich mich dann entschieden habe, genau das auch festgehalten sein. Also wer hat wann, in welcher Coverage, welchen Fit, wozu rennen, bei welchem Flow. Pass-Konzepte. Auch hier wichtig, wozu ist es gemacht? Was will ich damit bezwecken? Und es ist einfach, das aufzumalen. Der Punkt, der mir wieder sehr wichtig ist, dass einem bewusst ist, dass man eine bestimmte Konditionierung des Spielers vornehmen muss. Und die braucht Zeit. Man setzt jetzt schon, wie vorhin auch bei den Fronts oder bei den Personalgruppen, von Defense-Backs und Linebackern ganz bestimmte Skillsets voraus. Dieses Skillset muss mir bewusst sein. Ist das Skillset vielleicht für eine bestimmte Coverage, die ich toll finde, zu dem Front-System widersprüchlich? Also muss der vielleicht sehr flexibel sein, aber eigentlich habe ich ein Heavy-Paket draufstehen, also von dem Personal in meinem Grundsystem. Muss ich da was ändern? Passt das trotzdem so? Wenn ich Cover-Two fahren möchte, da muss ich auf jeden Fall unheimlich viel Skills, also viel Zeit mit den DBs und den Cornerbacks vor allen Dingen damit verbringen, dass sie anfangen, Press-Technik zu üben, wenn ich das nicht sowieso schon an irgendeiner Stelle tue. Das ist ein Skillset, was sie brauchen. Safeties. Braucht das eine bestimmte athletische Version eines Safeties, die ich da habe, der auch einigermaßen smart ist, weil er bestimmte Reads zu machen hat auf dem Zweier-Receiver? Wie flexibel und athletisch muss man Outside-Linebacker sein, um eine Cover-Two-Wall-Technik oder Jam-Technik zu spielen, je nachdem, was man sich da entscheidet? Setze ich vielleicht andere Dinge von den Inside-Linebackern voraus, wenn ich das tue? Da muss man sich bewusst sein, okay, wenn ich das jetzt wirklich spiele, was setze ich denn da alles voraus von den Leuten, die ich da auf dem Feld stehen habe? Und das reicht jetzt nicht nur zu sagen, okay, das sind die groben Alignments, sondern man muss sich halt wirklich bewusst sein, welche Aufgaben haben die? Sind die physisch dazu fähig und athletisch? Und am Schluss auch, wenn es jetzt desto komplexer es wird, sind die kognitiv vielleicht auch fähig dazu. Das kann natürlich genauso der Ausfall sein am Schluss. Cover-Drei, genau dasselbe Beispiel. Man kann relativ schnell eine Cover-Drei hinmalen, aber bis man dann sagt, okay, ich muss dem Cornerback erstmal beibringen, was ein Divider ist. Ich kann da jetzt auch in die Tiefe, also in der Stunde hat man immer so wenig Zeit. Man kann das jetzt auch bis ins Detail zerwürgen, aber nur als Beispiel wieder einer Coverage. Dem Divider, dem das zu coachen, auf welchem Alignment? Inside-Outside-Numbers oder on-top oder bottom-of-numbers? Oder was ist, wenn ich auf der Field-Side oder Boundary-Side stehe, wenn die Offense auf einer Hash steht? Es gibt bestimmte Vorteile, klar sofort. Ich habe mit den Linebackern wesentlich längere Zeit einen Run, den Run zu spielen, bevor ich überhaupt in Coverage denken muss. Aber es sind halt andere Sachen, die ich physisch und athletisch von den Defense-Baxter verlange am Ende. Und man muss auch sich im Klaren sein, welche Räume man dann dadurch aufmacht im Zweifel. Deswegen, also man kann sich jetzt 15 verschiedene Coverages raussuchen. Ob das sinnvoll ist, stelle ich in Frage. Weniger ist meistens mehr. Man muss halt nur wissen, bis wohin gilt das ganze Ding. Pattermatch als Beispiel. Auch nur, wenn ich das voraussetze von Menschen, dann ist das erstmal, also erstmal warum machten wir das? Das Ziel davon ist es, in der Offense die die Verzögerung des Reads zu nehmen. Das heißt, durch bestimmte Passrouten-Kombinationen zu den Reads zu nehmen, okay, wo muss mein Drop eigentlich hin? Und da, dass die meisten Defender eben sich auf einen Key konzentrieren und eben auf DM-Key innerhalb von einer Sekunde exekutieren können, in welcher Form sie in der Pass-Coverage, wenn sie denn in die Coverage müssen, in welcher Form sie reagieren müssen. Und diese Beschleunigung des Reads ist das Hauptziel der Pattermatch-Coverage. Auch, dass man eben nicht nur Grund-Coverage, sondern wirklich nur Threads, also Gefahren, Entschuldigung, Gefahren, die auf dem Feld sind, beziehungsweise Gefahren in der Coverage. Und das mit relativ einfachen Schlüsseln. Die Schlüssel sind einfach, aber es ist auch wieder eine unheimliche Konditionierung, die das benötigt. Also im Vergleich zu Cover 3 muss der Outside-Linebacker und der Inside-Linebacker wesentlich mehr Abfolgen konditioniert bekommen. Jetzt wie zum Beispiel, also wesentlich weniger als in der Pattermatch, wo er auch richtig viel sich selbst darauf konditionieren muss, auf bestimmte Schlüssel, eben den Zweier-Receiver, bestimmte Reaktionen zu zeigen und auf bestimmte Orte zu droppen. Wesentlich einfacher am Ende, weil man besser auf einem besseren Ort steht. Aber um das erstmal zu konditionieren, dauert es unheimlich lange. Genauso erwarte ich dadurch ein unheimlichen Skillset von dem Safety hier hinten, weil er ein unheimlich schneller Mensch sein muss. Genauso müssen mir aber auch die Grenzen klar sein, weil ich in dem Beispiel Cover 2 wie auch in der Pattermatch nur eine bestimmte Distanz von dem einen Receiver haben kann, horizontal, weil sonst die ganze Coverage nicht mehr funktioniert. spätestens bei einem Jet, also Out & Go oder zum Beispiel. Also solche Sachen müssen einem bewusst sein, wenn man so eine Coverage aufmalt und diese Grenze muss man halt kennen am Ende. Man-Coverage-Konzepte, auch warum und wieso. Klar, Attack-Defense brauche ich man. Ich kann aber auch man als Lösung bringen, um mehr Down-Linement reinzubringen, was am Ende auch Pressure ist, zum Beispiel. Da wüssten aber einem auch immer wieder, warum machen wir das und vor allen Dingen, was für Konsequenzen hat das für mich. Ich kann Receiver, die gestackt sind, nicht beide in der gleichen Man-Coverage spielen. Grenzen kennen davon. Ein Bunch kann ich auch nicht normal spielen. Wenn jetzt Receiver relativ naheinander stehen, aber noch nicht gestackt, müssen wir auch eine Lösung dafür haben, wie wir die spielen können. Genauso, und das ist mit das Kritischste, was viele Leute noch nicht machen, dass sie sich Gedanken darüber machen, okay, habe ich ein Match-Up-System? Also bis zu welchem Grade möchte ich meine besten Man-Coverage-Spieler auch wirklich gegen die besten Receiver stellen? Das muss konditioniert und trainiert werden, dass die Leute in Man-Coverage den Menschen auch wirklich sortieren. Okay, wo ist der hohe Threat? Zu welchen Menschen muss ich hin? Und das entsprechend dann auch schnell abrufen zu können, die Konditionierung davon. Also man kann nicht sagen, okay, Man-Coverage, der Corner, nimmt den Äußersten, weil dann hat man auch innerhalb von 0,0x da sein starkes Mismatch zu stehen auf einmal. Alles Sachen, wo man nicht einfach sagen kann, okay, ich spiele Man-Coverage. Genauso ist die Man-Coverage als solches unheimlich, ja, eine unheimliche Konditionierung von Menschen, die auf einer bestimmten Nebenwirkung stattfinden muss, sprich jeden Tag eigentlich. Insofern, ich glaube zwar daran, dass man das machen kann, dass man deutsche, gute Spieler ausbilden kann, auch Amerikaner zu covern, aber das muss man sich auch bewusst sein, wo ist denn das gute Match-Up am Ende? Ähm, Combo-Coverages brauche ich, brauche ich das nicht. Ähm, alles Vor- und Nachteile. Erst Nachteile zum Beispiel, oder Vorteil zum Beispiel, für eine Spreadformation muss ich in der 4-3 meinen Linebacker nicht wegnehmen, wenn ich auf der einen Seite Man-Coverage spiele. Genauso findet das aber in zig anderen Variationen auch seine Anwendung. Ähm, auch hier, wenn es, ähm, wenn es eben einen Vorteil verschafft, oder eben genauso auch 5-2-System, da muss man auch eben nicht, ähm, bei einer Spread so überreagieren, ähm, indem man halt nicht alles in Coverage stellt, sondern die eine Seite in Man-Nem zum Beispiel. Ähm, Cover-6, also 2 und 4, ist auch eine gute Variante, die viele Leute nutzen, gegen zum Beispiel Chips-Variationen. Ähm, also muss nicht immer Man- und Zone-Coverage sein, in Combo, sondern auch verschiedene Combos, links und rechts. Ähm, was es auch gibt, sind, ähm, Boundary- und Field-Sight-Kombinationen, dass man da sagt, okay, auf der Boundary-Sight muss ich nicht unbedingt zwei DBs stehen haben, wenn ich hier auch schon mit der, auf der Hash stehe, mit der, mit der ganzen Offense. Ähm, da gibt es verschiedene Variationen, das ist so wichtig, wieder zu welchem Zweck dient das Ganze, also warum gibt es die? Man kann nicht sagen, ich habe was Schickes gefunden im Internet, man muss wirklich den tieferen Grund verstehen, warum das gemacht wird, und auch verstehen, okay, was sind die, die Schlüsselfaktoren, um das ganze Ding auch einzusetzen. die Schickes betrachtet, die das Spiel bei uns das Knie in der Rechnung wird, und wenn die St薄esse betrachtet, Und ich habe die Schickes betrachtet,